willkommen zur 19 ausgabe des trendcast und damit zur letzten folge des jahres 2021 weihnachten steht vor der tür und für viele sind die großen schmackhaften familien essen die highlights der feiertage darüber wollen wir sprechen es geht weniger um die technischen gerätschaften zu kochfeldern herden oder küchenmaschinen fehlt mir die expertise und hier können euch die ironix händler fachkundig beraten alternativ könnt ihr auch auf dem trendblock stöbern wo meine redaktionskollegen zu themen rund um die küche geschrieben haben reden wir in dieser folge stattdessen über gutes essen wie ihr euch ein kulinarisches gedächtnis aufbaut mit dessen hilfe ihr eure küchenfertigkeiten auf ein höheres niveau hebt schauen wir außerdem auf exzessive tafeln am dresdner hof komponieren wir ein unvergessliches weihnachtsmenü schauen wir auf das deutsche küchenwunder das seit einiger zeit in einer digitalen ausstellung der sächsischen landes und universitätsbibliothek neu zu erleben ist klingt zu theoretisch stimmt deshalb haben wir ein kleines feinschmecke experiment nach jürgen dullase vorbereitet dass sie am ende dieser episode findet und das entfernt an die kochsendung details erinnert damit erlebt ihr was wir ansonsten nur schwer vermitteln können wie komplex essen sein kann um am versuch teilzunehmen braucht ihr einen löffel und folgende zutaten joghurt etwas marmelade einen apfel oder anderes knackiges obst eine walnuss und ein zwieback soviel zu dem was euch in dieser episode erwartet und was ihr bestenfalls bereithalten solltet und damit intro ab der euronics trendcast vergangenheit gegenwart und zukunft der technik hallo und herzlich willkommen zum euronics trendcast es liegt in der natur einer so breit gefächerten episode wie wir sie heute aufnehmen dass wir die einzelnen themen nur streifen können wollt ihr mehr zu den inhalten erfahren empfehlen wir euch auf die homepage unseres heutigen gastes zu gehen oder einen blick in dessen bücher zu werfen die der torbäcker verlag anbietet unser gesprächspartner ist diesmal professor josef mazerath der einer technischen universität dresden zur ernährungsgeschichte forscht da stellt sich natürlich die frage was soll man da überhaupt erforschen gegessen haben die leute doch schon immer oder ja aber immer sehr unterschiedlich es gibt eigentlich immer leute die besonders gut und lecker essen dann gibt es leute die froh sind wenn sie was zu beißen haben und dazwischen liegt auch noch mal ein teil der erwähnenswert ist also essen kann status problem sein essen kann aber auch leute zusammenführen und dann gibt es natürlich noch eine ästhetische komponente je höher wertiger ein essen ist desto eher hat es ästhetische dimension also wenn sie so wollen die feinschmeckerei als parallele zur hohen kunst oder zur besonders durch komponierten musik ist essen heutzutage eine kultur oder eher so eine art alltags ritual oder gebrauch einfach um das jetzt mal so sprachlich abzuwerten das kommt darauf an wo man hinschaut also wird auf der ganzen welt gegessen wie sie eben schon gesagt haben aber wenn wir mal auf deutschland schauen dann ist es schon so dass wir historischen vergleich wenige leute haben die wirklich hungern das grobe menschen ist bei uns industrienahrung und es gibt ein ganz kleines segment von menschen die ganz exquisit essen und dann ein glücklicherweise immer weiter wachsenden bereich von menschen die gerne gut essen und auch selber gut kochen oder gut backen und das ist ausbaufähig da kann man eine ganze menge noch dazu gewinnen ich bin in der recherche zu dieser folge über einen kanal gestolpert den das zdf vor ein paar jahren allerdings schon gestartet hat und zwar die besseresser in denen ich nur erklärt wird wie industrialisiertes oder industriell gefertigtes essen halt produziert wird aus was das besteht sondern wirklich auch nachgebaut oder auseinander genommen aber wenn ich jetzt mal mit hinblick auf das weihnachtsmenü das bei uns ja ansteht darüber nachdenke ich persönlich würde mir gar nicht zutrauen alles selber zu schnippeln und vorzubereiten ist industrialisiertes essen etwas das schlecht ist oder etwas das man ja es muss nicht unbedingt schlecht sein aber es ist natürlich so dass sie bei industriegefertigtem essen nicht wissen was drin ist in aller regel sind zusatzstoffe drin die sie selber wenn sie selber arbeiten selber zubereiten nicht nehmen würden zum beispiel nicht nehmen bräuchten sie müssen nur mit einem schlichten brot anfangen da sind enzyme drin sonst geht es überhaupt nicht durch die entsprechenden maschinen der backfabriken sie können mit sicherheit besser brot backen als sie das beim bäcker kaufen können denn sie müssen nur dem brot genügend zeit geben darüber haben wir auch mal einen blog artikel gemacht mit lutz geißler vom plötz blog haben der uns sehr geholfen hat auf ihre empfehlung im übrigen das darf ich ja mal verraten ja ich geißler empfehle ich sehr gerne ja und das war das war erstaunlich also weil er ja sehr wenig zum beispiel mit hefe backt was ansonsten ja reichlich drin ist und immer reinschreibt geben sie dem brot halt einfach erst mal zeit also das können sie schmecken hinterher das hat mehr aroma also wenn das brot nur nach hefe schmeckt ist da auch aroma drin aber wenn sie mit wenig hefe arbeiten und brot sich entwickeln lassen also die gäre sozusagen aussehen dann erreichen sie aromen die so gut wie kein bäcker erreicht in der ganzen bundesrepublik nicht weil das alles schnell gehen muss und dann wird das brot zwar auch ein großes volumen bekommen wenn sie da andere triebmittel rein tun oder mehr hefe aber es schmeckt nicht so doll wie wenn sie selber gemacht haben und wenn sie selber baguette backen die kruste so ein bisschen knusprig ist am ersten tag das ist genial also das habe ich noch nie irgendwo gekauft das kann man nur selber erstellen und was jetzt die aromen vielfalt angeht bin ich auch darüber gestoppert sie haben zwar ananas ausführungen gegeben also das das war ja neben dem brot zum paradebeispiel auf das sie aufmerksam gemacht haben und das habe ich im privaten dann auch mal probiert und das ist tatsächlich ein unterschied natürlich also wenn sie ananas frisch kaufen und sie riechen dran und riechen schon wie der aroma drin ist ja also man muss eine ananas riechen oder man kann so ein kleines blättchen oben zupfen wenn die fest sind würde ich sie da lassen sie müssen sich locker lösen dann haben die ananas ein aroma das ist süß und das hat auch kleine anteil von säuren und wenn sie ananas aus der dose kaufen sind die nur süß selbst wenn da drauf steht wenig gesüßt es fehlt ihnen die säure und es fehlt ihnen das komplette ananas aroma das ist ja unvorstellbar im vergleich zu dem was man in der dose geboten bekommt wie komme ich denn eigentlich erstmal dazu dass ich bewerten kann was richtig gutes essen ist um das jetzt mal so zu fragen weil das ist ja die frage auf die wir uns erstmal hin bewegt haben ja das einfachste ist natürlich essen und sich dann merken wo es gut war also man muss ein kulinarisches gedächtnis aufbauen das heißt das heißt wenn sie irgendwo was besonders gutes gegessen haben dann müssen sie überlegen ja das sollte ich mir merken wie ist das hergestellt worden wo komme ich das her und dann baut man sich so ein repertoire auf wo man eben gute nahrungsmittel bekommen kann zu welcher zeit natürlich können sie im winter keine tollen erdbeeren bekommen die gibt es nur zu der zeit wo die erdbeeren reif sind aber die kriege ich ja zu kaufen wenn ich jetzt zum beispiel in das counter gehe sie bekommen da erdbeeren die anderswo gewachsen sind und die sind schon so weit transportiert dass sie schon so viel an aroma verloren haben dass es dass sie eigentlich auch da lassen können das sind dann diese wässrigen erdbeeren ja die sind teuer die sind vielleicht auch im gewächshaus gezüchtet worden das lohnt sich nicht wirklich also erdbeeren muss man eigentlich wenn es geht optimal selber ernten können und dann nur die wirklich reifen abpflücken und die anderen für den nächsten tag an der pflanze dran lassen und dann erst wieder holen wenn sie wirklich optimal reif sind ich glaube den luxus haben nicht viele dass das so ja das ist ein hohes ideal aber erdbeeren können sie auch im blumenkasten züchten einfach dann in der küche in der küche auf dem balkon oder groß gerade so passt ja gut also das heißt viel essen dann auch die unterschiede und die nuancen wahrnehmen und darüber ein kulinarisches gedächtnis aufbauen das ist zumindest das erste was mir so die richtung vorgibt was qualitativ gutes essen ist ja das ist der erste punkt der zweite punkt der wäre natürlich dann auch darüber nachzudenken wenn ich esse was passiert denn eigentlich im mund was meinen sie damit also ich meine jedes nahrungsmittel was man zu sich nimmt hat einen gewissen ablauf in der verkostung also sie können beispielsweise wenn sie standard beispielsweise vanille eis essen oder meinetwegen auch ein erdbeereis dann nehmen sie ein stück von diesem eis in den mund und es ist zunächst kalt das erste was sie spüren ist kälte erst wenn das eis in die nähe der körpertemperatur kommt entfalten sich die aromen jeweils vanille oder erdbeeren und dass man diese abfolge zur kenntnis nimmt das sind die aromen abfolgen dann gibt es gleichzeitig noch die möglichkeit wahrzunehmen ob etwas knusprig ist ob etwas im mund weg schmilzt und das ist oft so dass es nicht so einfach ist es gibt ja manchmal auch speisen in denen sowohl knuspriges drin ist als auch schmelzendes also sie könnten jetzt beispielsweise erdbeereis oder vanilleeis mit mit walnuss essen dann wäre die walnuss ein zusätzliches aroma und es wäre natürlich auch eine andere konsistenz wenn ich auf die walnuss drauf beiße je nachdem wie dick ist dann kracht das mal kurz im mund und die walnuss hat möglicherweise sie hat eine sehr lange aromen kontinuität das halt sehr lange nach im gaumen könnte sein dass die walnuss sogar länger hält als das vanillearoma kommt aber auch darauf an welches vanillearoma es ist wenn sie jetzt künstliches vanillearoma haben vanillin ist das sehr einspurig denn da ist nur der zentrale aromastoff der vanilleschote drin wenn sie ein vanilleeis mit richtigen vanilleschoten haben dann ist es so dass da viele nuancen zu spüren sind also nicht nur das zentrale aroma das raus zu schmecken das ist eigentlich feinschmeckerei das heißt also es kann ich so diese ganz hohe kunst die für niemanden erreichbar ist sondern man muss sich einfach mal ein bisschen bewusster habe ich jetzt herausgehört damit auseinandersetzen was man eigentlich zu sich nimmt ja merken was man macht nicht einfach nur runter futtern das ist das was die meisten dann glaube ich so in der mittagspause machen wenn sie dann auf arbeit es hat natürlich auch eine dimension um zu ernähren wir essen ja auch um bekräftet zu bleiben ist doch klar manchmal essen wir auch aus langeweile ja kenne ich ja kenne sie ja absolut die chips die da wird ja das ja couch und potatoes sind dann bei mir bei einem film und die sind sehr schnell weg ja genau und das ist natürlich kein bewusstes essen nein da futtert man so in sich rein und vergibt eigentlich die chance das wahrzunehmen was man da haben möchte also der bewusst ist muss nicht unbedingt massen essen sondern es geht sozusagen um das erlebnis was dann beim essen stattfindet und das kann sehr beschränkt sein es muss gar nicht so viel sein man muss da nicht massen essen aber es kann dann auch sehr abwechslungsreich sein und je abwechslungsreicher es wird desto amüsanter kann es natürlich auch werden was würden sie denn empfehlen gibt es da so eine art anleitung die mich erstmal an diese thematik heranführt mich mit diesem essen auseinander zu setzen also mein vorschlag wäre wirklich zu versuchen selber was herzustellen dass man genau weiß was drin ist dann versuchen das zu schmecken was drin ist und wenn sie den unterschied zwischen vanille und vanillin mal herausbekommen wollen dann würde ich ihnen auf alle fälle raten immer zuerst an der vanilleschote zu riechen und dann erst am vanillin denn die vanillin wird ihre rezeptoren für aromen so zuschütten dass sie die nuancen der vanilleschote hinterher gar nicht mehr merken also es geht um nuancen die spaß machen können und ja man muss es probieren und es ist wie beim weinkennerschaft die muss ertrunken werden beim essen ist es genauso man muss aufpassen was man da macht gelegenheiten gibt es ja genug steht ja eine vor vor uns im haus also allein weihnachten ja jeden tag essen wir ja ein paar mal weihnachten ist ja noch ein naja nicht jeden tag weihnachten weihnachten essen wir vielleicht besonders gut aber wir essen ja jeden tag aber es muss ja nicht immer es ist nicht nur so ein spitzenmenü was kulinarischer genuss es kann auch ein schlichtes brot kulinarischer genuss sein wie wir das von lutz geißler dann aus dem platzblock kennen einfach dem brot zeit geben und dann genießen ja und selber essen und nicht nur angucken sondern selber essen das ist der clou gut aber dennoch würde ich halt ganz gerne den bogen dazu spannen also wir haben ja nun die festtage vor uns und sie haben ja auch geforscht zu fest essen früher ganz genau zum sächsischen hof wenn ich das richtig in erinnerung habe ja also ich beschäftige mich mit dem essen in der frühen neuzeit und dann aber auch in der moderne und im übergang von der frühen neuzeit zur moderne habe ich mal ein weihnachts menü gefunden von einem sächsischen kurfürsten das ist später der erste sächsische könig der heißt zuerst friedrich august der dritte und als könig heißt er dann friedrich august der erste ist das august der starke muss ich nachfragen nein das ist er nicht august der starke ist 100 jahre früher fast also es ist nicht derjenige mit den quark holtchen der damit immer in verbindung gebracht wird nein gar nicht nein dieser friedrich august der dritte ist der urenkel von august dem starken also sein vater ist sehr früh verstorben und ist dann noch als minderjähriger auf den thron gekommen 1764 und dann gab es weihnachten ein ganz ganz üppiges menü also nicht deswegen weil auf den thron gekommen sondern es gab es immer zu weihnachten bei einem normalen menü hat die hofküche aufgeschrieben gab es für den kurfürsten von sachsen also im ausgang des 18 jahrhunderts 38 speisen in zwei gängen erster gang zweiter gang und dann natürlich noch ein dessert gang der hatte dann auch noch mal 19 gänge also normales essen an einem tag konnte dann 57 speisen beinhalten und jetzt wird es zu weihnachten noch mal gesteigert zu weihnachten hatten die ersten beiden gänge jeweils 54 speisen plus noch mal ebenso viel dessert macht dann 162 speisen bei einem essen und der junge kurfürst aß nicht alleine seine mutter war auch noch dabei und die hat sich noch mal sechs extra gerichte machen lassen also standen am 24 dezember 1764 zu heiligabend 168 verschiedene speisen auf der tafel des dresdnerhofes ist eine üppig gefüllte tafel das kann man nicht essen wer ist denn das aber also ich meine wir kennen das ja aus solchen historien schenken die sicherlich nicht ganz akkurat sind aber da wird ja auch immer ordentlich getafelt aufgetragen und es ist alles gefüllt aber warum hat man dann eigentlich so viel produziert und hergestellt für einen einzigen abend es ist natürlich ein prestige objekt ähnlich wie ein schloss ein prestige objekt ist auch kein mensch kann alle zimmer in einem schloss bewohnen ja ähnlich ist es vielleicht auch mit den kunstsammlungen oder mit der oper das sind auch alles prestige objekte die fürsten zu haben die haben auch einen wald um jagen zu gehen und also diese dinge es geht schon darum den fürsten in seiner rolle als herrschende person im land zu bestätigen und natürlich kann das auch niemand essen 162 speisen oder 168 mit den extra speisen der mutter das ist einfach irre dann werden viele speisen bei so einem essen aufgetragen und der jeweilige fürst schaut mal drauf und denkt dann vielleicht naja von dem da und das andere könnt ihr gleich wieder mitnehmen das wird dann noch den anderen an der tafel angeboten also natürlich immer erst den fürsten und dann erst den anderen und wenn die das nicht essen ja dann geht es zurück in die küche und die küche lagert es vielleicht ein wenn es noch vielleicht für eine andere sache verwendbar ist für ein anderes essen oder aber es wird an sogenannte nachesser vergeben die das dann noch bekommen wenn es nicht mehr benutzt wird und ins 19 jahrhundert hinein hat der dresdner hof dann oft auch sachen an bedürftige in der stadt weitergegeben also die essen werden auf keinen fall weggeworfen sie werden nachgenutzt entweder noch mal für die fürstentafel oder je nachdem was das so für ein essen ist und manche essen kann man ja länger aufbewahren andere sind dann nicht mehr so toll wenn sie noch mal aufgewärmt sind aber das kennen wir ja auch alle das kenne ich aus der mikrowelle von früher ja es geht glaube ich schon bei william buschen wo für sie besonders schwärmt wenn er wieder aufgewärmt ja ist manchmal nicht so lecker ja es kommt darauf an manche sachen brauchen auch dass das sie mal durchziehen also es war jetzt kein klassisches um das zusammenzufassen also kein klassisches food waste sondern man hat das halt wirklich dann noch mal verwendet es war jetzt also nicht nur rein repräsentativ aber sollte natürlich in der menge und ich nehme an auch qualität erstmal auf der tafel landen um den status des hofes ja man kann davon ausgehen dass es immer erste qualität war was zu beschaffen war der dresdner hof hat um diese zeit etwa 40 köche und dazu noch mal service personal und die tafel des kurfürsten ist im alltag als keine feste gibt vielleicht einen personenkreis von 20 personen das ist mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger gibt natürlich auch große große feste mit hofbällen und so was das ist eine andere gelegenheit aber überlegen sie mal 40 köche für 20 personen die essen also zwei komplette kochteams haben die eigentlich wenn man so viel geld für die köche ausgibt und dann auch noch eigene wäldereien hat eigene sehen hat eigenen wein anbau hat da kommt glaube ich nicht mehr auf die paar zutaten an die man da braucht die wesentlichen ausgaben die liegen ganz woanders das ist schon eine küche die gehört in in eine höchste kategorie hinein das ist nicht nur prestig es ist auch ästhetik es wird natürlich nur das beste was man sich so vorstellen kann was man haben möchte gekocht und auf die tafel gestellt und da ist natürlich die frage ja was ist das für eine ästhetik im späten 18 jahrhundert ist es in europa noch so dass man sehr viele gewürze kräuter benutzt also aber vorwiegend exotische gewürze die teuren die teuren die mit dem segelschiff aus der karibik den zucker bringen aus indien den pfeffer die zimtstangen aus zailon die muskatnüsse von den bander inseln die nelken auch die sind die bander inseln die sind da zwischen indonesien und australien also da müssen sie ja hin und zurücksegeln nach damaligen verkehrstechnischen möglichkeiten und zudem gehören diese bander inseln noch den niederlanden die haben ein handelsmonopol auf muskatnüsse und nelken das war ganz schön teuer und wenn man das jetzt alles nimmt als gewürzmischung dazu tut zum hirsch der meinetwegen im moritzburger wald geschossen worden ist dann macht man daraus eine mischung und diese mischung das ist glaube ich das was man sich am ehesten und plausibelsten vorstellen kann muss so sein dass man den hirsch noch schmeckt sonst könnte man ja alles nehmen dann braucht man den hirsch gar nicht zu schießen und es müssen die gewürze zur geltung kommen also die haben augenhöhe miteinander das ist ähnlich wie wir es heute noch aus der orientalischen küche kennen also diese küche um späten 18 jahrhundert die ist eigentlich noch eine gewürzküche die versucht das aroma des hauptprodukts hirsch in unserem fall zu erweitern durch entweder gewürze oder auch durch fett was man dazu tut also das wird dann möglicherweise wird der hirsch dann mit speck gebraten vom schwein dann haben sie ja auch schon eine kombination von zwei verschiedenen tieren also verschiedene aromen die da erweitert werden und das ist eben völlig anders als wir es heute kennen wenn sie heute irgendeinen koch fragen also ich würde mal behaupten in den letzten 200 jahren dann wird er immer sagen das hauptprodukt dass ich in ein essen hinein tue muss den geschmack bestimmen hirsch muss nach hirsch schmecken und nach nichts anderem und sie können den hirsch sozusagen auf die bühne stellen und dahinter ist der vorhang der darf noch da sein aber der hirsch muss vorne stehen oder ins kulinarische übersetzt heißt es sie dürfen noch salz und pfeffer dran tun aber der rest muss hirsch sein also salz und pfeffer sind so ein bisschen hintergrund also der vorhang auf der bühne und nicht mehr augenhöhe gewürz und augenhöhe hirsch sondern der hirsch stritt in entscheidendem maße nach vorne das ist also ein wechsel das ist eine wasserscheide ja das würde ich in der europäischen küche die man seit dem späten mittelalter eigentlich ganz gut verfolgen kann in der in der ästhetik als wirkliche wasserscheide betrachten vom späten mittelalter vom frühen und hohen mittelalter wissen wir einfach zu wenig aber vom späten mittelalter kann man sagen wird in europa so gekocht dass die augenhöhe zwischen gewürz und zentralen produkt besteht oder vielleicht ist es auch das zentrale produkt und ein anderes stück fleisch wie mit dem speck jedenfalls geht es um produkterweiterung um geschmacks erweiterung und seit 1800 pi mal daumen kann man sagen das zentrale produkt steht im vordergrund das gilt eigentlich für alle modernen köche gut aber das ist ja dann immer noch eine zeit in der speisen oder zutaten als solche ja nicht so selbstverständlich verfügbar sind wie das heutzutage der fall ist weil heute kriege ich auch im winter erdbeeren zu kaufen also wir sind die menschen damals mit diesem mangel umgegangen kommt auch auf das vermögen der menschen an also wenn sie über den dresdner hof lesen da haben sie dann im winter beispielsweise auch spargel auf der tafel den kann man auch um 1800 schon herstellen indem man ein beet einrichtet unter dem unten zunächst mal mist gestapelt wird der dann hitze und wärme entfaltet und darüber setzt man das spargelbeet dann treibt der spargel natürlich im gewächshaus auch im winter und dann kann ich im winter auch spargel haben heute kann man das natürlich anders herstellen oder wenn sie über ananas nachdenken der berühmte fürst pückler hatte ja eben auch ananas zucht das ist der vom eis ja aus bad muskau mit den drei verschiedenen eissorten zusammen ob das jetzt von ihm selber ist oder nicht darüber kann man aber er hatte jedenfalls eine ananas zucht und ananas darf im winter auch nicht temperaturen ich glaube unter 20 grad haben also jedenfalls muss es sehr hoch sein sehr viel höher als bei oliven oder also das muss immer durchgängig warm sein das muss man im winter heizen also hat er im winter sein ananas gebäude durchgeheizt sonst hätte er keine ananas bekommen das war jetzt natürlich für ich sag mal die normalbürger nicht möglich nicht möglich also es war es war möglich solche solche produkte die es ein und für sich bloß in einer saison gibt herzustellen oder zu produzieren aber nicht für alle schichten oder für alle vermögensklassen genau das war das besondere und dann ist natürlich noch auch eine frage vor der eisenbahn da ist wer kann see fisch essen das auch ein problem ja also sobald die eisenbahn da ist und massentransporte vergleichsweise günstig möglich sind ist es auch kein problem mehr frischen fisch vom meer weit ins landes innere zu bringen aber augusta starke hatte schon eine austern post also da kam schon austern von der nordsee bis nach dresden und die wurden ging auch noch weiter bis nach prag das ist immer eine frage wer kann sich was leisten so um meinen strich drunter zu ziehen besser geworden für die meisten menschen ist das essen im späten 19 jahrhundert in den 1890er jahren vor dem ersten weltkrieg ist es einigermaßen gut schon das ist die zeit in der die normalen menschen in deutschland einen sonntagsbraten haben und denen sie auch mal eine bockwurst essen können vorher war fleisch schwierig und das ist gleichzeitig so dass seit den 1840er jahren die nahrungsmittelindustrie in gang kommt und eben auch schon viele sachen zugänglicher macht die vorher gar nicht erschwinglich waren also will die industrie nicht nur verteufeln sie ist auch eine wichtige komponente um nahrungsmittel für viele menschen überhaupt erreichbar zu machen und heute ist es oft auch eine frage wofür gebe ich mein geld aus also sie können sich entscheiden weil was weiß ich einem durchschnittlichen einkommen will ich in urlaub fahren will ich ein auto haben oder will ich mein geld vielleicht auch für andere dinge ausgeben und dann ist auch noch eine zeitfrage also unser baguette vom anfang das ist keine geldfrage das ist eine zeitfrage und das ist ja auch eine knappe ressource in heutigen zeiten denkt man immer so wenn man sich überlegt dass die leute späten 19 jahrhundert zum ersten mal arbeitszeiten bekamen die in unsere in unserer gegenwart auch noch einigermaßen gelten dass die vorher keinen freien samstag hatten den gibt es ja auch erst nach dem zweiten weltkrieg also in den sechziger jahren glaube ich und dass sie auch keine 40 stunden woche hatten sondern auch vielleicht 60 stunden gearbeitet haben oder noch mehr dass die kinderarbeit hatten im frühen 19 jahrhundert also wir haben heute eigentlich viel mehr zeit nur benutzen sie auch für andere dinge also wir nutzen sie nicht unbedingt immer um zu kochen sondern wir nutzen sie auch für freizeitbeschäftigung ich will jetzt gar nicht von sport reden das ist ja auch vielleicht noch gesundheitlich ganz nützlich kann aber auch ins kino gehen man kann chatten man kann sich mit menschen übers internet austauschen man kann gut und die heutige technik macht es natürlich dann halt auch möglich und das was wir in supermärkten finden dass ich dann zum beispiel den burger oder die pizza einfach nebenher halt mal in den ofen schiebe und dann innerhalb weniger minuten ja habe was einigermaßen ja so schmeckt wie ich mir pizza vorstelle oder so oder auch nicht oder auch nicht ja es kommt auf ihre vorstellung an meine vorstellung von pizza war äußerst beschränkt bis ich dann irgendwann meinen eigenen teil gemacht habe ja sehen sie also tag selber zu machen das ist schon ein richtiges erlebnis braucht natürlich eine gewisse praxis und fähigkeit werden sie wahrscheinlich auch beim ersten mal nicht gleich genial gemacht haben sondern es dauert eine zeit lang eben an den tag dann hinbekommt ja mein tag war weil ich dachte viel hilfe wäre gut ist ja über den rang direkt also das tablet nicht das tablet das backblech hat sich dann direkt mit dem herd verbunden das war so gut ich hatte dann kekse die ich rausbrechen musste und ab dem zweiten dritten vierten teig wurde das dann erträglicher mittlerweile glaube ich ist das eigentlich ein ganz guter pizza teig den ich halt hin bekomme aber es hat eine weile gedauert aber mittlerweile ziehe ich denen der tiefkühlpizza vor ja also klar das aroma ist viel besser und also allein das teig aroma und wenn sie jetzt deutsch und italienische pizza vergleichen die deutsche pizza lebt vom belag die italienische pizza lebt vom teig vom boden also wenn sie das original italienisch mögen dann müssen sie den teig schon selber machen denn das was sie in der tiefkühltruhe bekommen das kracht vielleicht aber es schmeckt nicht wirklich nach einem guten teig das ist ja auch immer das was in der werbung dann betont wird also sieht man ja auch wie das dann kracht und sehr kross und knusprig ist das ja immer die betonung und das krosse und knusprige ist aber auch ein blocker der verhindert dass man aromen wahrnimmt also sind wir wieder bei dem experiment das wir ja vorher angesprochen haben ja wir sind eigentlich wieder bei dem experiment also wenn sie beispielsweise mal zwieback essen und versuchen den zwieback mit irgendwas zu belegen werden sie merken sie beißen auf zwieback drauf es kracht im mund solange es im mund kracht nehmen sie keine aromen war wenn das weg ist dann kann das aroma sich eigentlich erst entfalten dazu werden wir dann hier im anschluss noch was machen also darin gerne im podcast noch mit dran bleiben weil wir haben eine solches experiment wurde auch schon eingangs dieser folge berichtet was die hörerinnen und hörer sich möglichst vor dem podcast bereits mal zulegen sollten also so dass alle auch wirklich mal nachvollziehen können was sie jetzt hier in der theorie uns mitteilen dazu denn noch mal abschließend die frage ich meine sie feiern ja auch weihnachten nämlich an ja mir geht das halt so wenn meine verwandtschaft anrückt führe ich mich immer wie so ein reh von 18 tonner der auf einen zurollt was ist überhaupt ein menü im weihnachtsmenü und wie gestalte ich eines das ordentlich ich sag's jetzt mal einfach funktioniert um jetzt mal so einen technischen begriff einzuführen und wo kriege ich eigentlich jetzt gute zutaten noch her im moment würde ich natürlich sagen eine lösung wäre auch mal einen guten koch aufzusuchen die haben es schwer zurzeit alle weil viele bestellungen abgesagt worden sind bei denen man kriegt im augenblick ganz gut plätze in restaurants also eine möglichkeit ist sozusagen gar nicht selber zu kochen sondern ein ein restaurant aufzusuchen ein menü zu gestalten ist im grunde relativ einfach also ich würde mit drei oder vier gängen kalkulieren keine 162 nein nein das ist entschieden zu viel ja dann das kann man auch in der küche gar nicht leisten also die dresdner hofküche hatte natürlich auch entsprechende kochkapazitäten man muss sich das so einrichten dass man in der lage ist das auch logistisch zu bewältigen also gute idee ist glaube ich immer schon mal zu schauen ob man nicht eine nachspeise machen kann die man am tag vorher schon zubereitet also sagen wir mal ein schokoladen parfait das wird gerührt entscheidend ist die qualität der schokolade die sie reintun also wenn sie da eine billige schokolade reintun kriegen sie auch kein tolles schokoladen parfait das kann ja auch nicht so sein denn die schmeckt ja auch dann nicht toll und das stellt man ins gefrierfach wenn es fertig ist und holt es am nächsten tag ein zwei stunden vorher raus stellt es in den kühlschrank und dann hat das die richtige temperatur um es zu servieren dann sind sie den nachtisch das dessert schon mal los am nächsten tag bei der vorbereitung das heißt also da habe ich dann den stress schon mal nicht weil das kann ich in aller ruhe vorbereiten können sie bei der anderen sache verwenden den kann man noch gut brauchen da kommen wir wieder ins knappe zeitbudget ja ja das erkochen ist natürlich arbeit auf den punkt ja deswegen ist das unhöflichste was man machen kann wenn man zum essen eingeladen wird zu spät kommen denn dann verkocht alles ja nicht nur der erste gang der zweite auch und beim bisher kann es eben sein dass es kein problem mehr macht aber beim ersten gang kann man entweder auch eine kalte vorspeise nehmen oder man macht ganz schnell irgendwas also beispielsweise jacobsmuscheln sind in der pfanne ein bisschen butter schnell angebraten dazu würde ich vielleicht linsensalat geben mit ein bisschen frischen früchten noch drunter mango avocado oder sowas das kann auch schon vorbereitet sein da müssen sie eben nur noch die jacobsmuscheln schnell durch die pfanne ziehen die sind ja schnell gar und den hauptgang vielleicht im backofen vorbereiten dass das alles schon präpariert ist und dann in den backofen geschoben wird manchmal eben auch mit sehr langen garzeiten also niedrig temperatur garen dann kann man das auch sehr früh ansetzen und dann ist der stress glaube ich schon reichlich minimiert und wenn sie das alles durch haben die drei gänge vierter gang ganz simpel käse auf den tisch verschiedene schöne käse und den so servieren dass man vom mildesten zum aromatischen speist immer nur ein kleines stückchen entweder auf angerichteten tellern oder jedem sozusagen zum abschneiden dazu vielleicht einen schönen dessert wein was würden sie da empfehlen ja süßwein zum dessert bei den weinen ist es so man braucht eigentlich immer einen wein der zu den mit den aromen harmonisiert die man gerade serviert also wenn ich einen braten habe brauche ich einen kräftigen rotwein wenn ich einen fisch habe dann dürfen die aromen nicht zu kräftig sein damit die zarten fischaromen überhaupt noch wahrnehmbar sind und beim dessert natürlich keinen trockenen riesling das würde kollidieren auf der zunge kaffee würde ich auch nicht nehmen kaffee ist separat und dazu einen süßen dessertwein es gibt so wunderbare süße dessertweine also das kann spätlese sein das kann ein eiswein sein muss aber gar nicht so hochkarätig sein und sie brauchen noch nicht viel davon sie brauchen nur ein schlückchen also es soll kein besäufnis werden sondern auch wieder bewusstes erleben ja die kombination zwischen diesem schokoladen parfait und einem schönen süßen wein das kann sich gegenseitig beflügeln also ich habe beim letzten essen das ich gemacht habe hatten wir so ein schokoladen parfait und dann halben liter also nicht mal eine große flasche dessertwein und die ist nur halb leer geworden und nicht weil die leute nicht vor erstaunen gesagt dann was für ein toller wein sondern der war klasse aber mehr braucht man gar nicht und danach kam der käse auf den tisch und da gibt es natürlich dann wieder einen anderen wein dazu man kann zum käse weißwein geben oder auch rotwein geben das kann man sich überlegen es gibt beides weißwein würde ich sogar noch bevorzugen und wenn man damit alles mit allem durch ist dann essen kaffee je nachdem was man so möchte entweder eine ganze tasse kaffee oder vielleicht auch nur ein espresso und wenn dann alle denken es kommt nichts mehr zum schluss für jeden eine praline und die leute werden ewig von ihrem essen schwärmen jetzt müssen sie uns natürlich noch verraten weil sie ja feinschmecker sind wo kriege ich dann das richtig gute zeug her ja das ist auch eine erfahrungssache aldi lidl es kommt nicht darauf an wo sie es kaufen sondern es kommt darauf an dass sie es probiert haben dass sie wissen was sie da vor sich haben also nicht blind links was einkaufen sondern vorab die qualität abchecken qualität abchecken genau ob das das ist was ich wirklich brauche praline muss ja auch nicht immer handgefertigt sein nun das kann auch industrieware sein wenn die gut ist aber die frage ist eben besteht so eine praline vorwiegend aus zucker oder ist da auch sagen wir mal schokolade drin die das eigentliche aroma macht also wenn sie eine praline probieren und sie merken schmeckt süß und ist schon wieder weg dann würde ich sagen die war nicht so doll es ist diese klassische das counter praline oder für zwei euro die packung es könnte oft passieren ja und wenn sie eine gute schokolade drin haben dann kann es sein dass das zehn minuten stunde im mund nachhalt natürlich wenn sie dann zwischendurch noch ein kaffee trinken und weintrinken geht das weg aber beim testen kann man mal darauf achten wie lange hält sich denn die schokolade im gaumen und das ist ein qualitätskriterium es gibt ja ich würde mal sagen zum abnehmen ist eine gute schokolade immer besser als eine billige die billige die nur nach zucker schmeckt da müssen sie ständig nachladen um den geschmack im mund zu behalten wenn sie eine schokolade haben die guten kakao drin hat mit dem entsprechenden aroma da essen sie ein stück und haben eine viertelstunde lang spaß dran und danach haben sie vielleicht gar keine lust mehr auf weitere schokolade das wäre schön also wir haben wir haben heute sehr viele informationen mitgenommen das heißt also bevor ich das eigentlich essen koche sollte ich mich mit den zutaten auseinandersetzen auch mal selber das experiment was gleich kommt ausprobiert haben um mal so ein gefühl dafür zu bekommen wie ist das eigentlich sehr bewusst solche speisen mit wahrzunehmen und dann bei der zubereitung mich nicht unbedingt an fürstlichen tafeln orientieren aber es als ja tolles happening oder event begreifen klar ich würde mich nicht an fürstlichen tafeln orientieren ich würde mich auch nicht an drei sterne restaurants orientieren das ist eine viel zu hohe messlatte so hoch muss man gar nicht springen die haben wir auch ein komplettes küchenteam das eben auf einen teller verschiedene komponenten gerade zum richtigen zeitpunkt fertig hat das kann man zu hause am herd gar nicht machen so viele platten hat man gar nicht so viele hände hat man gar nicht also muss man das ein bisschen verteilen aber die qualität der zutaten das macht die moderne küche aus und die kann man ja die kann man sich nur erarbeiten man kann schauen gibt es irgendwo was besonderes ja man muss das natürlich auch schmecken also ich hatte das glück jetzt diese woche eine rohmilch butter zu bekommen die gibt es von eigentlich nur ab Bauernhof aber das ist eine butter die schmeckt nach milch die ist nicht aus pasteurisierter milch die pasteurisierte milch denn das nimmt vieles an aromen schon mal weg die wird also einmal hoch erhitzt und dann lässt man sie wieder abkühlen das tötet auch einige bakterien in der milch aber sind auch aroma weg und wenn man jetzt nicht körperlich beeinträchtigt ist kann man auch diese rohmilch butter oder rohmilch käse nehmen und dann das intensivere aroma genießen also auch rohmilch käse wäre an eine empfehlung rohmilch butter da muss man wirklich glück haben wenn man die bekommen und zum abschluss weil ich das ganz gerne noch vorstellen möchte auch darüber gestoppt bin sie haben jetzt eine online ausstellung produziert mit der sächsischen landes- und universitätsbibliothek in kooperation zum deutschen küchenwunder der link ist jetzt in den show notes zu finden was ist denn das deutsche küchenwunder können sie das in ein paar worten beschreiben sodass wir neugierig sind auf das was sich dahinter verbirgt das deutsche küchenwunder ist ein begriff den ein gastronomie kritiker wolfram siebeck erfunden hat in den 70er jahren und das meint dass es in deutschland damals in der alten bundesrepublik eine küche gab die mit den spitzen restaurants in frankreich auf augenhöhe verkehren konnte das sind damals junge köche die sind in der regel in der schweiz gewesen in frankreich gewesen haben dabei spitzen köchen gelernt nach der lehre also lehre machen die erst mal und dann geht's wird es eigentlich erst lustig und kommen dann zurück und machen restaurants auf und kochen der damaligen zeit gemäß erst mal die mode der nouvelle cuisine das ist eine leichte küche das ist eine auch ein bisschen freche küche noch am anfang die ist noch nicht so etabliert da sitzen nicht die nur die herrschaften mit den dritten zähnen sondern auch die jungen leute also man versucht auch ein junges publikum anzusprechen ein schönes beispiel dafür ist das restaurant tantris in münchen wenn man da rein geht auch man denkt man man tritt in so eine hippie welt ein das ist so orange und rot und ein betonbau ganz modern da für damalige zeiten steht heute natürlich alles unter denkmal schutz aber ist eben auch ein statement gegen die miefigen alten restaurants mit den schweren decken und den großen holzbark an und ja und all diesen stehrömmchen da läuft es mir kalten rücken runter wenn das so beschrieben wird ja also es war damals wirklich was neues und seitdem setzt sich wenn man so will das deutsche küchenwunder fort bis in die gegenwart seit 1990 auch in den neuen bundesländern erste sterne koch kommt aus dresden in den neuen bundesländern mario pattes der auch hier immer noch in der gläsernen manufaktur die viele von unseren autoliebhabern kennen in dresden sein restaurant aktuell hat genau und in berlin gibt es mittlerweile sogar ein drei sterne koch im rutz marco müller der auch sehr regional kochte sich auch bezieht auf seinen großvater der in der ddr in seinem garten besondere gemüse angebaut hat also dem es auch darum ging besondere qualitäten an gemüse herzustellen und der das eben in seine kochkunst einbaut dieses deutsche küchenwunder das ist so eine art initial zündung gewesen die bis heute nachwirkt und wir haben in der ausstellung beschrieben wie das in gang gekommen ist also die 1970er 80er jahren was da für moden durchgehen irgendwann gibt es auch eine deutsche deftige küche nachdem man genug von diesen dingen ohne kalorien hat will man dann mal wieder deftig essen dann kommen asiatische sachen dann geht es in den mediterranen bereich also das hat eine menge von ästhetischen moden der zweite strang der ausstellung beschäftigt sich mit dem öffentlichen diskurs darüber ist auch ein interessantes thema weil zunächst natürlich erst mal die zeitungen erobert werden mussten dass so ein thema in der zeitung steht das war gar nicht gängig da manche journalisten haben da erst mal drüber gelacht und seit der finanzkrise der weltweiten finanzkrise sind die zeitungen nicht mehr so stark mit werbeanzeigen verwöhnt und da ist vieles ins internet gegangen gastronomie kritik besprechung von restaurants das findet fast überwiegend im internet statt ja es gibt noch ein bisschen in diese spezialpresse es gibt auch noch ganz wenig an besprechungen in überregionalen tageszeitungen aber das gros ist eigentlich inzwischen im internet das sind auch mediale veränderungen die große rolle spielen und in der dann auf einmal auch ganz andere leute mitreden können also es hat sich auch da demokratisiert weg vom spezialisten der über alles redet sondern in eine breite öffentlichkeit getragen umspannt also ein bisschen mehr als jetzt bloß ein oder zwei jahre sondern es ist sage ich mal die initialzündung zu besseren messen es ist die initialzündung zum besseren essen genau und wir zeigen das mit vielen fotos zeitgenössischen fotos zum teil wirklich sehr lustig wenn man die herrschaften heute noch kennt wie sie dann als junger mann und junge frau ausgesehen haben und vor allen dingen mit sehr vielen filmen also videos zeitgenössischen videos die auch eine andere ästhetik haben also man hatte im dokumentarfilm damals noch sehr viel mehr zeit als heute viel viel weniger schnitte und mit zeitzeugen interviews also ich habe mit den spitzenkirchen der damaligen zeit mit etwa 20 von ihnen zeitzeugen interviews machen können eckard witzigmann franz keller aber auch barbara siebeck die gemahlin von wolfram siebeck die mit ihm eigentlich in jedem restaurant essen war 50 jahre erfahrung in den sterne restaurants hochinteressant was die so alles darüber berichten und das kann man eben auch im video anschauen also das haben nicht nur texte also es gibt auch texte kleine texte aber vorwiegend bild und video da verlinken wir dann auch drauf und besprechen das ja auch in unserem artikel noch herr professor mazerath ich danke vielmals fürs gespräch hoffe dass sie ein schönes weihnachts mal vorfinden oder selber kredenzen je nachdem gehen sie essen oder beides beides wir haben ja mehr als einen weihnachtstag das stimmt das entgeht mir so ein bisschen es liegt ja dieses jahr auf dem wochenende und so richtig festtagsstimmung haben wir jetzt noch nicht noch nicht aber die kommt bin ganz sicher und ich wünsche ihnen auch ein schönes weihnachtsfest vielen dank für das gespräch sehr gerne zum abschluss nun also das experiment nach jürgen dullars geschmacksschule sollte euch das jetzt etwas zu kurz und zu hektisch sein in den show notes verlinken wir auf eine externe seite auf der ihr das experiment noch mal in aller ruhe nachlesen und nachstellen können aber wozu dient das experiment damit sensibilisieren wir unsere geschmacksnerven für zutaten die wir häufig als sehr alltäglich und nicht allzu besonders wahrnehmen joghurt marmelade apfel oder anderes knackiges obst walnuss und zwieback wir bauen in fünf schritten eine komplexe geschmackskomposition indem wir von mal zu mal etwas neues auf unseren löffel packen worauf ihr dabei achten solltet auf den geschmack die textur geräusche und die verschiedenen temperaturen welche die einzelnen zutaten haben schluckt deshalb den jeweiligen löffel nicht sofort runter sondern lasst das gesamte spektrum auf euch wirken wir beginnen ganz einfach mit dem joghurt kühle und cremigkeit des joghurts sollten euren mundraum ausfüllen wenn ihr diesen zu euch nehmt im zweiten schritt fügt ihr dem joghurt einen klecks marmelade zu zunächst spürt ihr nur die kühle des joghurts der die weitere geschmacksempfindung blockiert wird der joghurt wärmer kommt die süße der marmelade durch die konsistenzen bei der zutaten sind allerdings sehr ähnlich das ändert sich mit dem dritten löffel zur joghurt und marmelade gesellt sich noch ein stückchen apfel oder ein anderes knackiges obst zunächst dominiert der joghurt dann die marmelade und schließlich kommen konsistenz und säure des obstes durch und bleiben lange im mund den vierten löffel ergänzt ihr um ein stück walnuss diese dominiert auf dem vier zutaten löffel erst sehr spät den geschmack und das auch erst wenn ihr sie zerkaut der fünfte und letzte löffel ist um ein stück zwieback vervollständigt zu beginn dominiert der joghurt zu beginn dominiert der joghurt dann die marmelade und dann setzt der krosse zwieback kurze geschmacksspitzen eher apfel und die nuss den geschmacksabschluss bilden dieses sehr kurze experiment zeigt wie vielfältig eine komposition sein kann wenn ihr verschiedene zutaten miteinander kombiniert und dieses ergebnis sehr bewusst genießt mit dieser geschmacksexplosion kommen wir zum ende dieser folge und auch unseres podcast jahres 20 21 viele themen viele gäste und in ähnlicher manier geht es im januar weiter wir von ironix und natürlich auch vom trend blog wünschen euch besinnliche feiertage einen guten rutsch ins neue jahr und dass sie zuversichtlich bleibt auf wiederhören ja 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 Vielen Dank.